einen wunderschönen guten morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen kanal irgendwann im letzten jahrtausend hat man mich mal auf den namen maverick getauft ich möchte ein paar spiele mit euch spielen im moment spielen wir gerade fallout 3 unseren klassiker von 2008 wir haben uns gerade mühselig durch die kanalisation gekämpft das haben wir überlebt mal gucken wo wir jetzt wieder rauskommen was da wohl auf uns wartet wo wir überhaupt rauskommen man weiß es nicht ich weiß nämlich nicht wo es hingeht irgendwo ins wasteland aber das kann ja quasi überall sein ich wünsche euch viel spaß beim video lasst euch überraschen und auf geht's radar da oben die liegt krav rum so auch verdammt nicht aufgepasst naja habe ich wieder gepennt egal das heißt ihr dreckskerl sei lieb ich bin ne dame ja so Da drüben! Achtung! Oh du Scheiße! Was ist das? Alter, wo man an der geschossen? Ach, mit einer MP? Oh! Oh! Alter! 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 kommen beide oder verdammt nicht beide das ist nicht gut doch beide einigermaßen zumindest gehen wir auch los shit Ach, das sind hier Waffen aus dem Mod-Pack, was ich da habe. Okay. So, die macht 11. Roving Trader, die macht 12. 207. Ja, komm. Ich kann nicht Repair-Equipment, weil ich in Combat, okay. Äh, ja, so. Oh. 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 Uiuiui, das Ding ist aber laut. Okay. Was gibt's hier noch Schönes? Krieg ich nicht auf. Krieg ich nicht auf, okay. Fisky kann ich vielleicht noch mal verkaufen. Noch so ein Sawsack? Oh, der Teddy, der, 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 der Gartengnome da, der bringt bestimmt was. Intect Gartengnome, die sind teuer, meine ich. Wo ist denn der Raider, der da noch über war? Hier war doch gerade noch ein Raider, der hat doch gerade noch geschrien. Wo sitzt der Sack? Ich weiß, dass ich crippled bin, aber ich hab, glaub ich, auch nichts, was mir hilft, oder? So. Mal gucken, wo ich jetzt bin. Weltkarte. Völlig daneben. Warte mal. Da ist das Ding, wo war noch River City? Da drüben, ne? Kann ich die vielleicht schon... Ich geh mal da oben hoch. Ich will den ganzen Scheiß auch nicht einfach wegschmeißen hier. Das ist mir zu schade. Ich mein gut, die Chinese Pistols, die sind nix wert, die können weg. Brass Knuckles, weg. BB Gun, ja, weg. Wir haben noch 232er. Das kann ich mit der Hunting Rifle besser machen. Weg damit. So. Jetzt passt's. Mal gucken. Da ist dieser blöde Dings da. Was ist denn der olle Flugzeugträger noch, verdammt nochmal? Der muss hier da irgendwo sein. Obwohl, ich bin jetzt natürlich auch noch voll. Das sieht nach Radarn aus, da hinten. Ach, wo war denn noch River City? Verdammt, hier war doch irgendwo ne Stadt. Oh. War das da? Nee, das war hier unten? Nee. War die da hinten links? Äh, rechts. Kann das sein, dass der Flugzeugträger da lag? Oh, da müsste ich ihn ja schon sehen können. Nee. Wo war noch River City? So. So. Okay, da unten ist ein hässlicher Walker. Das ist gar nicht wie die Viecher noch hießen. Da oben sitzt ein Raider. Das ist vielleicht nicht unbedingt der beste Ort hier, um hier zu sein gerade. Ich könnte den Schrotthaufen hier runterlaufen und gehe ich am Wasser lang. Das könnte gehen. Naja, wie sterben kann ich nicht, gell? Naja. Okay. Okay. Ich habe schon wieder was gemacht, was die Entwickler nicht vorgesehen haben. Ach, das ist die hier halt noch echt extrem, wo dann, das ist, wo wirklich Löcher in der Welt sind, weil sie nicht vorgesehen haben, dass du da hinläufst. So. Da hinten müsste die Brotherhood sein. Da ist da der Flugzeug. Mal Bewaffnung her. Was bist du denn? Traveller. Und du bist? Mercenary. Mercenary. Ich muss mich auf den Weg machen. Jaja. Was seid ihr hier? Ihr seht ein bisschen aus wie ein Radar Outpost. Oh, es war auch ein Radar Outpost. Sehr schön. Das ist natürlich das Schöne, wenn die Gegend auch ein bisschen belebt ist, dann kannst du halt zwischendurch auch mal Glück haben. Ich wollte eigentlich nichts von dem Scheiß fressen hier. Duck and Cover. Whisky. Toika. Redaway. Surgical Supplies sind auch nie verkehrt. Wodka und Redex geht immer. Guck mal. Bloodpack, Stimpack. Hauptsache sie haben den Baum mit Nuka-Cola geschickt. Im Moment hat es geht auch immer. Das steht da oben noch. Flamco Mac and Cheese. Danny Boy Apples. Ne. Ein Toaster. Ne, der war vorhin schon zu schwer. Da steht noch eine Moonbox. Sehr schön. Da muss man auch mal Glück haben, dass die Radar einem alles da kaputt kloppen. Nicht die Radar, sondern andere Menschen. Warte mal. In der Hütte war irgendwas drin. Ich erinnere mich. Da war irgendwas drin. Da konnte man rein. Ist das? Ja. I've discovered one of several locations. Steht das Motorrad jetzt immer hier? Ne. Ist das Good Neighbor? Keep your weapons holstered or get shot. Duke of Place. Aber hier kann ich bestimmt muss verkaufen. Ah ja. Stimmt. Genau. Mit wem zum Teufel habe ich's zu tun? Ich bin der Weihnachtsmann. Was? Oh Gott, oh Gott. Okay. Cherry ist ein Spielpüppchen. Okay. Ah. Ich zahle Ihnen nichts. Sie kümmert sich um mich und darum kümmert sich um mich. Das ist ein Versteck. Ja. Phantasia. Äh. Das die Periöfer ist. Und wenn es... Er ist okay. Er kann sogar richtig lustig sein. Und er weiß, wie man ein Mädchen fertig macht. Vor allem bin ich hier sicher. Wenn ich du wäre, würde ich kein... Und lass dir... Ah. Ja. Ich bin nur zum Spaß hier. Er kann gut mit Knarren umgehen und... Hi, Schätzchen. Ich bin... Dukov hat es... Er neigt dazu, zuerst zu schießen. Und... Fick dich. Ich hab doch keine andere Wahl. Meine Kunst zu überleben beschränkt sich auf das... Wenn ich nur mal hol... Dieser Typ ist ein Tier. Warte... Ah. So. Hab ich ihm so eine Bitch geklaut. Ja, wo bist du denn jetzt? Ja. Ja. Ähm. Ja nach. Ja. Wie ging das denn noch? Musste ich ihr das? Ja. Wie ging das denn noch? Musste ich ihr das... sehr mutig, dass er unter diesen fliegenden Automaten da hängt. Rivet City, habe ich dafür eine Aufgabe? Ne, anscheinend nicht. Frage ist, wo ist Rivet City? Irgendwo am Wasser, das weiß ich noch. Feldkarte. Entweder da. Ich meine, das war nicht so weit draußen. Aber dieser blöde... Oh, Meierlurx. Meierlurx ist gar nicht gut. Ne, 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 da gehen wir nicht hin. Da habe ich jetzt nämlich keinen Nerv drauf. Meierlurx anlegen, äh, die klatschen mich weg. Ich meine, die kleinen Red Roaches hier. Die haue ich ja mit links zu Brei. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Arm rumheulen hier. Hört auf zu heulen, Mädels. Hi, Cherry. Fuck, der Meierlurx kommt weg hier. Cherry. Oh, habe ich noch Handgranaten? Habe ich nicht. Wuhu. Hahaha. Glück gehabt. Zack. So, dann gehen wir weiter nach Ravit City. Ravit City. Aber... Oh, an den Viechern komme ich garantiert nicht vorbei. Da hinten. Wir schleichen uns mal da oben. Ich hoffe, da kommt jetzt kein Meierlurx aus dem Wasser, ey. Da kommen schon wieder zwei. Scheiße. Diese blöden Scheißviecher. Malerlurx kannst du später auseinandernehmen. Da können die nicht mehr viel. Aber jetzt sind die gerade noch ein bisschen... Oh. Äh, ja. So, das hat sie unter dem NGG an. Ja, von mir aus. Ja, tut mir leid, aber... Was wollte ich machen, ne? Die waren mir dann doch ein bisschen über. So, Anchorage, War Memorial. Äh, ja. Ne, Ravit City muss darunter sein. Muss es einfach. Es kann nicht hier sein. Geht gar nicht. Wenn die scheiß Meierlurx da unten nicht rumlaufen würden, ne? Dann hätte ich ja... Hätte ich mich ja schon lange hier, äh... Oh, scheiße, ne. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Tschüss. Dad. Okay. Hey, wieso war da noch eine Kugel drin? Verdammt nochmal. Zack, noch eine. Zack, der ist hin. Wuhuuu. So. Verdammt nochmal. Was geht, wo geht es hier hin? Tepezua. Nee. Ich brauche heute eine Karawane. Hier sind bestimmt noch ein paar Karawanen, die mich mitnehmen könnten, oder? Wir müssten doch über Karawanen rumreisen. Kommt hier vielleicht eine vorbei? Upsi. Egal, wir verstecken uns erstmal kurz da drin. Hier könnte man sich hinlegen. Gehört ihm das? Das gehört ihm das Bett. Verdammt. Aber... Hier kann ich mich jetzt mal... Oh, nee. Wollte ich eigentlich nicht. Wenn er nicht hier ist, kann ich die knacken. Ah, das wollte ich doch haben. Ähm... Drei-zehn Fertigkeitspunkte. Äh... Crippled Arms and Legs. Das heißt doch... Ja, das ist doch nicht verkehrt. Sehr schön. Wuhuuu. Weapon Fire Mods Auto Fire Mechanism. Wollte ich den wohl reinschrauben kann. Das soll's dann auch schon wieder gewesen sein von diesem Video. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr wissen wollt, wo wir den Auto Fire Mod einbauen, schaltet wieder ein. Wenn wir hier weiter spielen. Wenn's euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da. Lasst mir einen Daumen da. Vielleicht auch ein Abo, wenn ihr mögt. Schaut mir auch gerne auf Twitch zu. Da streame ich auch viele andere Dinge, die hier nicht auftauchen. Ist unten in der Beschreibung verlinkt. Und in diesem Sinne, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.